Baltic ist wirklich eines der schönsten Events, muss ich wirklich sagen. Man gibt den jungen Designern einfach so eine große Chance, wo es sonst nirgendwo eine Chance bekommt. Und deswegen liebe ich dieses Event und finde das schön, dass man junge Menschen einfach unterstützen darf in so einem Projekt und die dann durchstarten. Ich bin sieben Jahre jetzt schon in der Modelbranche auch tätig und man bekommt so viel mit. Man war auf so vielen Shouren schon und hat so einiges gesehen, aber das war wirklich mal was anderes auch so von dem Shou-Effekt. Man musste schmunzeln, es war lustig und es war so kreativ und schön. Das inspiriert einen für die Zukunft, vielleicht dann nochmal das ein oder andere an seinem Styling zu machen. Ich habe ja Baltic begleitet im Mercedes-Benz-Sat. Da habe ich ja schon den einen oder anderen Designer gesehen. Aber jetzt das erste Mal hier auf Usedom und ich bin einfach so begeistert. Hier sind die Menschen total entspannt und das Meer ist einfach ein Traum und der Strand, das ist einfach wirklich ganz, ganz schön.